So meine Damen und Herren, jetzt darf ich dir meinen Hund vorstellen, das ist sie, ja, das ist der Pika, die feine Dame, das ist eine ganze Liebe, jetzt können wir da spazieren, gell, zwei Kilometer sind wir eh schon gegangen, jetzt können wir nur mehr ungefähr, zwei Kilometer sind sie auch noch, aber das gefällt auch ihr so, hau, der da schläft jeden Tag bei meinem Zimmer und auf dem Boden halt, wie sich das gehört, und alles kriegt er auch nicht, gell, jetzt muss ich so aufpassen, ab und zu, jetzt sieht ihr so ein Pferde, ein Pferdedreck, jetzt hat er schon ein bisschen was genommen in den Mund, das muss ich ihm noch richtig erziehen, das darf er nicht essen, das ist nichts, das hat das eine eigene, der hat ein Trockenfutter gegeben, hat man so ein Nassfutter wieder, gell, was halt anfällt, aber vom Tisch können wir ihn nicht, nicht füttern, und da lebt er viel länger nach ihm, hab ich gehört, gell, du bist ein ganzer Braver, gell, Pika heißt's, ja, den haben wir von der Vier-Vaten-Hilfe am Samstag, hab ich eh schon gesagt, gell, und jetzt haben wir ihn schon seit drei Tagen, vor Mittag geht mein Bruder spazieren, nach Nachmittag hab ich, bis in der Früh, und bevor ich zu der Arbeit gehe, also bringe ich ihn wieder runter, sie, sie bringe ich runter, komm her, Pika, komm, 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 ja, was ist denn, hallo, Ja, da ist ein Bach, gell, aber da gehen wir nicht runter, nein, jetzt gehen wir da oben, und da ist er ein Bach, da kannst du rein, da gehst du flach rein, gell, ja, freilich, ja, 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 sowieso, so, jetzt können wir nachher, jetzt können wir nachher drin mitkommen, und rechts ist der Kinostall, wenn sie ihn sehen, könnt ihr da, weil den, den gibt es ja schon lange nicht mehr, den Kinostall, haben sie so alles aufgelassen, und da haben sie so ein kleines Geschäft jetzt drinnen, und da kannst du auch viel kaufen, Nudeln, Gulasch, Suppen, und das zeigt da, gell, weil der kleines ist das, ja, und da geht's Richtung Hörgermoss, da rauf, und rechts geht's Franking, links geht's Hörgermoss, Hörgermoss, Holzösterersee, und rechts nachher geht's da, da kommt der Höllerersee, Stieke weiter hinten, hinter den Wald, gell, ja, so wie ein Wegbegleiter, bin ich nicht mehr allein, und dann hab ich mir ihn dazugelegt, ich weiß, mir tut er das mir auch gut, die Bewegung, da nehm ich jetzt halt ab, mit meinem Schatze, gell, ihr freilich, sowieso, okay, noch ein Vierteich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Becker, komm, bleibst du einmal, hallo, hier fallen du dir dabei noch nicht, gell, und den haben wir erst drei Tage, ja, was siehst du denn da, ja, da siehst du auf die Hauptstraße raus, da fährt er los, von Autos, gell, das ist ja alles neu, so war er doch, ja, das haben sie zwar nicht gesagt, wie lange das er beim Heim war, weil ich stell mir vor, also, die haben da nicht so viel Zeit gehabt, die haben über 600 Tiere, lauter verschiedene, gell, so, servus, fiat euch dann.